Hallo zu diesem Video Tutorial zu Teams am iPad. Heute geht es erstmal darum ein Team zu erstellen. Wenn man noch kein Team hat, dann wird hier die linke Seite natürlich noch leer sein. Aber ich kann mir ein Team erstellen, indem ich oben diesen Button auswähle mit den Symbolen für Figur und Plus. Und hier gehe ich auf Team erstellen. Ich habe dann die Möglichkeit unter verschiedenen Vorlagen etwas auszuwählen. Wenn ich mein Team für eine Klasse erstellen möchte, für mein Fach, dann wähle ich die erste Option Kurs. Und hier gebe ich nun einen Kursnamen ein, zum Beispiel 8b. Dann benenne ich mein Fach und im Anschluss noch das Schuljahr. Und ich kann hier noch eingeben zum Beispiel Deutsch bei Herrn Schuch. Dann bestätige ich das mit fertig und mein Team wird nun erstellt. Und als erstes kann ich jetzt hier Kursteilnehmer hinzufügen. Und ich wähle jetzt hier mal meine Musterschüler aus. Das wäre Test User 1. Und ich kann hier dann weitere Teilnehmer hinzufügen. oder aber auch Lehrer, die mit in diese Klasse hinein sollen. Habe ich alles ausgewählt, gehe ich auf Fertig und habe jetzt dann hier unten mein neues Team 8b Deutsch 20, 20, 21. Und es ist hier rechts erstmal leer. Es gibt noch keine Beiträge, noch keine Dateien. Möchte ich nachträglich noch einen Schüler hinzufügen, wähle ich die drei Punkte und gehe auf Mitglieder verwalten. Und dort kann ich dann oben wieder mit dem Symbol, wo das Pluszeichen ist, ein einzelnes Mitglied hinzufügen. Und dann wäre jetzt dann mein Test User 02. So einfach und rasch kann ich Teams erstellen. Wie man ein Team verwalten kann und welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt, zeige ich in einem weiteren Tutorial. Das war's. Wenn euch meine Tutorials gefallen, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch über ein Abo meines Kanals.